Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wir sind Evil 7 Wir sind durch den Keller gegangen und haben sie mir eingefunden Die ist aber entführt glaube ich Ok, hier kommen wir nicht durch Woher kommt dieses Geräusch? Ah Junge Der geht extra so langsam, ohne Spaß, ich kann nichts machen Alter zurück Stopp Oh Jo Ey Junge, chillaui Lauf Junge, lauf Lauf, 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 Lauf Ey Junge Ich kann sie hören Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft Äh Raus Lass mich in Ruhe Ich mach Böse Ich bediene das Ähm Okay Was zur Hölle bist du, Mia? Ich glaube sie hat ihre Tage das messer hallo wie war doch ein messer ok steh auf wenn du möchtest vielleicht... ah klar sagst, komm jubel BAM JUNGE! BAM! 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 Schnauze, Junge Ah! Shit! Zurück, zurück, zurück Junge, komm nicht so an, Alter! Alter, daneben, das kann nicht wahr sein Ich kann nicht laufen, das ist zu langsam Ey, irgendwie hält die Aus, Junge mit einer Axt Jawoll, hilf Katios Nimm die Axt, Junge, jetzt facken mich hier ab Vielleicht ist sie noch nicht RIP Nimm, ey, ich kann die Axt nicht nehmen, das ist ein Dreck Dankeschön Elvon? Du hättest echt nicht herkommen sollen Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe Bei dem Dachboden solltest du rauskommen Nachboden Geh dahin Jetzt Okay, dann gehen wir mal dahin Hier ist die Tür aufbeschnitten, ne? Ist die Leiche weg? Loll Hier? Irgendwie überlebt das Spiel nicht Wartet kurz So, weiter geht's Achso, hier sind wir Okay Ähm, da ist eine Arznei Ich glaube Oder was ist das? Ist das hier geleuchtet? Das hier Ist hier vielleicht irgendwas? Kann man hier noch runter vielleicht? Ne, ich glaube hier kann man nicht mehr runter Will ich eigentlich auch nicht Oder was? Guck mal wie der läuft Das gibt's doch nicht Sprinte doch, Junge Dachboden ist in dieser Richtung Ähm Vielleicht Ich weiß nicht ob es so klug ist Wir sind ja von da raus eingekommen, ne? Eigentlich können wir doch Ich weiß nicht ob es so klug ist Vielleicht auch raus Sicherung, nice Weiß nicht ob wir da raus können Nee geht nicht Ey hör doch auf mann Ich dachte die Swipe Wo ist die hin? Wo bist du? Wo bist du? Die Sicherung ist dann für da oben denk ich schon mal Hey hör doch auf alter Ähm Zieh doch raus jetzt bitte Wisch jetzt wüpp Auf Ich kann nichts machen Kleine Fotze alter Ich brauche irgendwas zum heilen Irgendwas Lass mal speichern Lass mal speichern Alter da rast die komplett aus Was ist denn mit der los? Es ist erstes Gästehaus Aha Gut Äh gehen wir da auch Ich denke ich äh Werden wir jetzt auch noch looten Aber das ist äh Natürlich normal Ja Den Arm wie ne Wurst in der Hand zu halten Oh ne Hand Er hat noch ne Axt hier Benutzt sie doch mal Ich glaub wir müssen da entlang Genau Ich glaub wir müssen da entlang Jawohl ne Waffe Na gut Geh mir die Waffe wieder Okay Gut Zerstörung jetzt ein bisschen okay Boom headshot Hier ist nix mehr Wir müssen auf die Schnauze jetzt Ich bin hier Ich bin hier Daddy ist hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Geh mir die Kiste Oh der God Hm Das ist doch eine Falle, man. Kannst du mich erzählen. Adios, amigos. Ah, ok, danke. Alter! Alter! Nein. Ah! Das Ziel! Voll schwer. Ok. Alter, kann man gar nicht ausweichen. Was soll denn der Blödsinn? Na, ok. Besser tut. Ein Laber. Neustarten. Das ist, äh, das fängt gut an. Amarsch, Alter. Ah, irgendwie die Waffen, Alter. Jetzt habe ich die Behinderung. Ok, gut. Wie nicht. Ich habe die Paume in den Kopf geschossen. Warum stirbt die denn da? Ist ja eine OP-Zombie. Ich... Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ah, das ist doch. Das ist meine Munition. Gut. Hoch. Und dann wieder runter. Ha! Na Junge, ich kann nicht ausweichen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Hey Mann. Ich bin frei. Junge trifft doch Junge, das kann doch nicht wahr sein, was bist du für ein Mongo, ey Junge, hör doch auf, Alter, hör doch auf, Junge, was soll ich machen, Alter, was soll ich machen, Na gut, äh, ich cut da mal kurz. Alter, stirb, du Fotze, ey, ja mein, ist gut, in dein Kopf, in dein Kopf, in dein Kopf, oh, da haben wir uns geschafft, und jetzt, Alter, Hey, Junge. Hey, Junge. Komm schon, sterb uns jetzt nicht weg! Du hast Arbeit zu erledigen! Unser Arm ist wieder dran, okay. Ja, Crank. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze! Zeit fürs Abendessen! Wer, wer sind sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist du! Er guckt nicht mal, wenn man zu uns in die Nase reißt! Der Junge muss was essen! Er muss sein Abendessen haben! Komm her, Junge! Los jetzt! Komm schon! Länger! Komm her! Oh Mist! Oh Mist! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Halt verdammte Baulmagnet! Ich hab das für ihn gemacht! Oh! Du bist ein Mistkerl! Du bist ein Mistkerl! Ich kann es nicht glauben! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein! Komm her, Junge! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ich wette es ist wieder dieser Cock! Verdammte Schweine! Ich komme zurück! Das war's. ok messer 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 bringt die ich muss in Japan zwischen Karte ein Schuh ok warum kann man sich anschauen ich habe keine Pistole mehr wo ist denn der Schlüssel hier ist meine Power oder Mauer move anybody seen my leg garage im die 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 Das war's. Uiuiui. Ey, was soll ich denn machen? Äh, ich wollte nur... Okay, 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 okay. Ähm. Ähm. Was soll ich machen? Ach, ich dachte, du könntest nie... Lauf, Junge, Lauf! Lauf, Lauf, Lauf! Oh, Alter! Motherfucker, Alter! Geht nicht, lieber! Du verschwendest deine Zeit! Alter! Was soll ich denn machen? Hilfe! Du bist jetzt Teil der Familie! Weiß nicht, was ich machen soll. Da ist mein kleiner Junge! Was soll ich denn machen? Ich kann noch nie lernen, glaube ich. Schnell, schnell! Nein! Wer ist hinter mir? Alter! RIP-Hausen! Ja, RIP-Hausen! Ja, RIP! Was ist das? Schlüssel! Ah, okay. Es ist nicht weit. Lass mich doch in Ruhe, bitte! Ganz kurz, ich hab Schlüssel! Äh, 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 äh! Da bist du weg, Junge! Es wird nicht falscher Haus gekommen, Junge! Äh! Söh! Du dummes! Ja! Es wird nicht falscher Haus gekommen, Junge! Aber die? Wie kannst du dein Bein flicken? Du schatzst! Achso, warte, ich muss irgendwas machen. Hör. Was? Was soll ich denn machen? Alter. Projekt verstecken. Schatten zu verstecken, wenig Geräusche zu machen, ist ein guter Weg, sich in die Zeit zu halten. Okay. Komm, Jack. Jack, Jeff Skowski. Du bist auch da, ne? Ähm, ich weiß, was ich mache. Ich muss hier reingehen, Tür aufmachen. Und ich denke, ich gehe in die Küche. Hier, ne, 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 warte, ich gehe hier hinten hin. Steck mich hier. Ich weiß nicht, wie ich da bin. Ich weiß nicht, dass ich in einem Schiff hinten bin. Lass uns mal die Zeitung lesen, was denn, da ist er da drin, da ist er da drin, habt ihr doch gesehen bist du hier rein? ja ja Bitte kommen Sie rein. Du kannst dich nicht verstecken, Junge! Ach, dachtest du, du könntest nicht nur den Echtern davon schreien? Du gehst nirgendwo hin! Oh, jetzt können wir nicht durch die Wand fetten. Oh, okay, doch. Du verschwendest deine Zeit! Ne, ne, ich weiß genau, was du jetzt machst. So, wo kommst du mit dir her? Ich geh in die Richtung. Deine Tante! Mit dem Schlüssel! Komm hier hin! Boom! Geh auf, geh auf, geh auf! Tschüss! Ähm... Okay. Okay, ich muss kurz zur Pause machen. Ähm, damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ähm, ja, in der nächsten Folge werden wir diesen Gang enden weitergehen. Und, äh, ein bisschen mehr ripen. Alles klar, tschüss! Ja! Ja! Ja!